und und herzlich willkommen meine lieben Zocker Junkies Eure Luis und es ist schon eine ganze Weile her aber wir spielen mal wieder eine Runde Torchlight so wir hatten ja beim letzten Mal die Map erkunden neben ein paar Lieben Quests gemacht der um erklärt um Wunder Wohnen Da habe ich meinen Dienstum zu bestellen und die Karte drücken, ich weiß es mir keine Ahnung. Das sind gar nichts. Wir müssen mal links, da wo man ein Bild ist, oder sagen wir mal eher meine Kamera, muss man halt mal links auf dem Laufen laufen. Wer denn hier da ist? Hey! Aber... Ich weiß es gar nicht. Wir haben mal ein unerforschtes Gebiet. Wie kann denn das sein? Aha. Das sind gar nichts. Oder gut? Ja. Ja. P напístere사를 zum stora spellen Bye. Oh, man. Ah, Nice! Ich hab jetzt hier nie zerreißt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. 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 Es war's für heute. Das war's forng ت Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. ja 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 Okay. 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 Das war's für heute. 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 Was ist das? ja ja endlich am 4 das Video ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ich kann euch auch mit selbst hier den ich mal zeigen kommt durch ein bisschen weiter für mich über die Verästigung das war ein Tor schlafen unterlassen was ich hier wird sagen soll kommen nicht zu vergessen komplett sein Kinder ja auch mal weiter vorbeigucken ganze wenn findet er entweder auf webbrother anubis and friends bei facebook oder auf base live gaming auf facebook immer aktuell immer auf dem neuesten stand sein meldet euch einfach mal würde mich auf jeden fall sehr sehr freuen ich bin euer Anubis und ich bin raus bis zum nächsten mal ihr Junkies